Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Was zum Teufel ist das hier? Kommissioner. Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Mit mir ist alles in Ordnung. Vermisst du mich schon, Betz? Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Oh oh, sagen Sie nichts? Sagen Sie nichts? Sie sind der Police Commissioner? Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Batman. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. Fünf Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden... zu Joker. Mein Gott. Es ist eine Form der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt, fünf. Ich zähle nur vier. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Bruce. 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 Beheirst du mich, Bruce? Oh, tu nicht so überrascht, Batz. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Na ja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explo... Eingedämmt. Und die Stadt gerettet. Aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst doch mal auf dich setzen. Oh, Batz, ich hab dich vergrößt. Eine Subtilität und Nuancen eines Nahtmahl-Einlaufs. Achtung, Explosion, defund die Porte. Alfred, Gott sei Dank. Als die Explosion, ich dachte schon, sie wären. Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, Ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome, aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar. Was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Erfurt, analysiere die Milizen. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann bilden. Du kannst alle anderen einheben, aber für ihn nicht. Irgendwas ist anders an dir. Du hast Angst. Du hast deine Ängste immer unterdrückt. Im Unterbewusstsein eingesperrt. Versteckt. Aber etwas nahe an dir in den Abgründen deines Verstandes, nicht wahr? Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. Da entstehen Risse, während es an die Oberfläche dreht. Ich kann es wagen zu mecken. Ich kann gar nicht seinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich werden. Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los? Jim. Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Urnturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Betts. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Da oben. Wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte. Hier spricht der Arkenneid. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole die Ergreifung von Commissioner Gordon an Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Du hast ihn. Noch eins übrig, Batman. Schalte den Bastard aus. Feuer! Feuer! Das war's. Das war der Letzte. Alles sauber. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Oh, 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 oh. Gehen wir mal weg? Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Bevor Sie zum Ruhrenturm aufbrechen, wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt mir Garnier Island starke Besatzung. Eine beachtliche Drohnenschreitkraft kontrolliert die Straßen. Fahners Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und an Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Badmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Blick Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Jim, der Uhrenturm ist umschlagt. Versichere den Bereich und lass dich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Ihm gehen die Drohnen aus, Sergeant. Ach, die Bewegungen dieses Dings. Ich krieg's nicht zu fassen. Mehrere Drohnen offline. Was zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zum Parallelangriff. Denk schneller! Redner zerstört! Batman hat Einhalt am Uhrenturm zerstört! Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich geb' Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastale erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort! Meine Auftakt müssen wir bereit sein. Circa eine Sekunde und erhaut dich K.O. An die Einheit am Uhrenturm. Batman weiß, dass wir seine Freundin haben. Wir kommen zu euch. Haltet ihn auf. Ihr schafft das, Redner. Ich habe eine Reihe von Diagnose-Simulationen erstellt, mit denen die Funktion Agrofi. Was war das? Er ist da drin! Jim, der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell alt, Batman. Colin? Bist du's wieder? Balin, für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon. Zeig etwas Rückgrat. Ahahaha! Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird in Rasen gepackt. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird in Rasen gepackt. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt und fällt mir, L películ von L vent Patrick head in en Süd zu erbbei. Wenn du so – in jetzt was! Bis bis dein Vater nach Haus überhaupt nicht was, mir ist dein Vater nach Hause. Baz du書 lite nach Hause kommen und der Zeit vorerst misging, Davitt c together mit Hilfe und была bis aufhöschung. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gutaussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung.